Diese Website verwendet Cookies für Analysen, personalisierte Inhalte und Werbung. Indem Sie diese Website nutzen, erklären Sie sich mit dieser Verwendung einverstanden. Weitere Informationen Urheberrecht Getty Images Aljona Saftschenko und Bruno Mazzo verlieren ihre Weltrekorde Mit Beginn der neuen Eiskunstlaufsaison haben die Paarlauf-Olympiasieger Aljona Saftschenko und Bruno Mazzo ihre beiden Weltrekorde verloren. Bei den Weltmeisterschaften im März in Mailand hatten die beiden Oberstdorfer sowohl in der Gesamtwertung 245,84 Punkte, als auch in der Kür 162,86 neue Bestmarken aufgestellt. Grund für die Streichungen seitens des Eislaufweltverbandes ISU ist eine Reform der Wertungsbestimmungen. Einzelne Elemente werden ab sofort mit plus 5 bis minus 5 Punkten bewertet. In der Vergangenheit reichte die Skala nur von plus 3 bis minus 3. Mehr auf MSN Feedback an MSN senden Was können wir besser machen? Gesamtwertung für Website Mailand 7 9 9 1 10 10